damit willkommen zurück auf meinem kanal ich heiße krischer und heute zocken wir zu zweit corepunk ein action mmo rpg und ja es ist halt so isometrisches diablo style aber der kampus soll ein bisschen langsamer sein also wirklich wie eher wie bei einem mmo und nicht bei einem action rpg das heißt man kriegt ein bisschen mehr auf die fresse und muss halt wirklich auf sein leben aufpassen anstatt halt durch dungeons durch zu rennen und halt tausende von gehen und zu töten sowie bei diablo und co so welche klasse hast du genommen das war klar das andere muss man das freischalten auf das last medic das so ist die schwarze ich schon klar das wollte schon mal spielen regionär näher scheiße regionär spielschamane ja es egal die fähigkeit ganz bespielen durchlesen so näher in der meist will ich nicht das blau autoblitz so aus ob 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 das Ich will mir hier einen Thrall machen. Kein Facial Hair. Weg damit. Obwohl, das sieht auch scheiße aus. So geht's vielleicht. Achso, hier. Skin Color kann ich ja noch machen. So ein schönes... Haben die hier so einen... Rock Code? Haben wir sowas hier? Naja, so ähnlich. Oder halt... Rock in Grün. Du spielst den Ork? Ja, der Schamane. Ach, der ist Schamane? Ja, na, Legionär oder Schaman. Achso. Du kannst ja rechts oben da noch zwei Klassen einstellen. Die dritte musst du freischalten oder so, ja. Anscheinend. So, und wo sind Haare? Ah ja, hier. Okay. Ja. Ja. Lippenfarbe. So ein komisches... Warum sich denn eine Lippenfarbe einstellen? Ähm... Aber ja, egal. So. So, enter world. Jetzt kommt. Nicht zu viel Zeit damit verbringen. Wie hast du dich genannt? Warte, ich trinke was. Warte, ich trinke was. In deinem Namen. Genau. Du bist... Utility 0.3%. Was bin ich? Was bist du, Blonder? Nein. Ich kann nicht hier jemanden einladen. Äh, ich heiß Smash. Einfach. Oh mein Gott. Damals hatte ich nicht eingestellt, dass ich... Äh... Das schreiben ganz schön viele Leute hier links unten. Im Chat. Sehe ich gerade, äh... Warte mal, irgendwas mit... Ja, Gameplay, genau. Ah, rechts unten. 55 FPS. Und 27er-Fing. Okay, passt. So. Äh... Einladen, einladen. Ich denke mal mit O, oder? Nee. Mit O? Naja, O ist meistens in jedem MMO halt Social. Echt? Hm, okay, ja. Ja, ich... Das ist einer der Gründe, warum ich das Spiel... Damals... Beziehungsweise mich für die Alpha gemeldet habe. Das ist diese Grafiks, die ich finde, so geil, Alter. Das ist... Das ist zwar so Comic-mäßig, aber... Das sieht... Ich weiß nicht, wie ich das mal beschreiben soll. Äh, das sieht einfach so gut aus. Hä? Verstehe nicht. Muss ich erst... Muss ich die Fähigkeit bestätigen? Wie bei einem MOBA, oder was? Ja, ich finde, komisch. Aber bist du nicht auch bei diesem Dings gespawnt? Ja, also mir gefällt ja übelst, dieses Menü, Alter, wenn du mit einem NPC quatschst. Das sieht ja übelst innovativ aus. Das sieht richtig cool aus. Du kannst dir Fragen stellen. Du kannst ihm fragen, wer er ist. Ja, ich weiß, wer du bist? Maxwell Sterling, Survival Instructor. Helene, ich lerne, zu Survivalen. Wie geht's alles? Ich bin gut, als du erwähntest. Ich bin gut, als du erwähntest. Die Prospekt des Todes ist ein constantes Kompagion hier. Speaking of which, Killing outworlders, oder ein Single Local, wird nun nun resultatend in direct intervention von den Lightbringern. Die Fine Nation der Yland wird nicht mehr toleriert unabhängen Mörder. Sorry, ich habe das zu allen. King's Orders. Ich bin halt auch komplett doof. Okay, cool. Wow, jemand hat es gemacht. Nicht vergessen, drei Stück, nicht zwei, nicht vier, drei. Ja, hab ich's doch. Schau, wer ist nicht ein Idiot? Hier ist, wie ein Campfire machen und ein paar Matches. Du brauchst ihn. Digga, geh doch einfach. Der Launcher selbst. Geh doch einfach, wo du es hin installiert hast. Warum suchst du ewig? Du hast es doch in deinem Spielordner installiert oder so. Oder nicht? Okay. Oh, ich bin drin. Oh mein Gott, er hat es geschafft. Oh, ich habe aber ganz, ganz komische FPS hier. So, Hardwood. Warte mal, ist das jetzt wieder beim Camp, oder was? Geh in die Forst und fang mir drei Pieße von Hardwood. Schau für die Türen, die glähen. Ah, ja, aim for the Türen, die glähen. Oh, ja, jetzt ist das flüssig. Ja, sag ich's doch. Ja, die Schwimmanimation ist auch witzig. Also die Animation allgemein, finde ich echt fantastisch. Also egal was, wenn du ein Quest abgibst oder sowas, geht halt richtig, ja, also man sieht halt, dass da halt Arbeit dahinter steckt. Und sogar Gras, Alter, in so einem, wenn du halt irgendwie so durchläufst oder so, bewegt sich das alles. Richtig cool. Also die Welt fühlt sich super lebendig an. Mag ich. Überall irgendwelche kleinen Käfer auf dem Boden im Wald. Wenn du drüberläufst, dann stampft der den Käfer zu Tode und sowas, wenn er sehr klein ist. Richtig cool gemacht. Irgendwelche Schmetterlinge hier. Krass. Entwickler ist irgendwie aus den Niederlanden, glaube ich. Und die haben auch in, äh, in Kiew, glaube ich, also in der Ukraine haben sie auch einen Standort. Okay. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ein Balken. Ach so, dann weiß ich auch nicht. Aber der ist einfach an Leuten vorbeigelaufen, deswegen, keine Ahnung. Ach so. Was ist dieser Newcomer-Form? Wie meinst du das? Wie Newcomer-Form? Ich hab keine Ahnung, was meinst du denn? Hä? Was ist denn Newcomer-Form? Bei mir steht, find Newcomer-Form. Keine Ahnung, der ganze... Du musst halt ein bisschen, äh, selber rausfinden, ne? Wie gesagt, das Spiel nimmt dich nicht unbedingt an die Hand. Also jein, klar, es gibt ja kleine Tutorials und sowas, aber du musst halt viel selber rausfinden. Ich kann jetzt zum Beispiel... Warte mal, das war das jetzt nochmal? Eek the welcoming specialist. Und wo? Immer noch nicht diesen scheiß Baum gefunden. Das ist der tief am Anfang. Der Roboter. Ach so, ja, jetzt bin ich auch zufällig hier. Okay. Wie zufällig hier. Nein, ich bin weitergegangen. Ich hab den komplett ignoriert, als ein Scheiß-Roboter. Warum? Ja, du musst... Das Spiel nimmt dich nicht an die Hand. Ja. Du musst schon alles selber rausfinden. Nicht einfach hier Sachen skippen. Das Tutorial. Ja, das stimmt. Ich hab gar keine andere Kräfte. Dann musst du weitergehen. Ne, ich will aber auch keiner. Ich will Leute töten. Ich will meine Haus. Auf der Tafel außen. Geh, geh und find sie. Okay. Ich mach's. Du weißt, du bist schuldig. Wenn du sterben, mach's nicht hier. Ich muss mit deinem Körper. Also, mach mir ein favorit und schau. Hm? Mein Platz ist nach Norden. Und erinnern, nicht mehr über meine Frau. Next. Okay. Was ist das für ein kleines Vieh? Acknowledged unknown Biological Unit. Got a task for me? Your generosity is noted, but as an AI, I operate independently. Further assistance can be found with the welcoming specialist. Aha. Okay, cool. Rob, züksop, also, okay. Hey, aber auf dem Tisch, aber auf dem Tisch seh ich ja nicht. Draußen auf dem Tisch. Draußen? Okay. In der Hütte. Hm, okay. Ah, ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, was ist ein Christ. Oh, mein Gott, was ist ein Christ. Was heißt denn, was ist ein Bruder? Na, go turn the form into my brother, eh? You must be somewhere in Goldenfield. In der Goldenfield, da hab ich gott ein Spreißen gesehen hier. Aber hast du dieses Part of the Woods Quest? Hast du die schon gemacht? Ich hab die nicht angenommen. Ey, wieso nicht? Warum sollte ich? Hä? Na, wie? Eine Quest, an der du leveln kannst, die fuck? Naja, das ist so eine Tutorial-Quest, der kann man auch. Naja, Tutorial-Quest nicht. Du brauchst halt leveln, ne? Ja, das war nicht so. Was ich nicht verstehe, ich seh doch... Ah, nee. Ich hab... Oh, dann hab ich dich ja nicht gesehen, weil du auf einem anderen Server warst. Wo bist denn du jetzt? Bist du jetzt zu dieser Stadt weiter? Ja. Okay, da geh ich auch mal hin. Hier, Goldenfield, nach rechts. Oh, ich hab die Schock. Ah, okay. Man kann ja auch links beim Charakter auch die Stats angucken. Geil, auch wie sich das Gras mit dem Wind bewegt und so. So. Oh, hier kann man einen Kämpfer... Oh, cool. Man kann auch einen Kämpfer ja von anderen Leuten schillen. So, wie heißt der Charakter? Oh, gut. Oh, gut. Wo bist denn du? Ich bin bei dem Tisch jetzt hier, ne? Bei... Solta. Bei so einem kleinen NPC. Ich bin... Weitergelaufen. Ich bin in... Gold... Goldticks. 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 Hä? Hast du seinen Quest angenommen? Hm. Junge! Ich hab eigentlich mit dir gequatscht. Was hat er denn für den Quest? Ja, ich bin gerade dabei. Was hätte ich alles annehmen? Digga, natürlich. Hast du noch nie ein MMO gespielt? Ab Anfang gibst du einfach alles an. Weil, du darfst nicht vergessen, du kriegst am Anfang auch irgendwelche Rezepte und sowas. Ich will keine Rezepte. Ich will kein Rezepte. Du willst das Spiel nicht spielen, entscheidend. Ja doch, ich will aber direkt Action haben. Ja, nein, gibt's nicht. Das ist ein MMO. Du musst erst mal leveln. Das ist nicht Diablo, hab ich dir gesagt. Vielleicht ist es wie Diablo. Vom Stil her, also vom isometrischen her. Aber nicht der Kampf, das hab ich dir gesagt. Das ist wie ein MMO. Du levelst und kannst später. Ich bin jetzt bei Solta. Ja. Wo bist du? Ich stehe direkt neben dem. Wie heißt dein Charakter? Huh, der kämpft. Ich will auch kämpfen. Du wolltest du kämpfen die ganze Zeit. Hier ist noch bei dem Typen, weil der mit Z oder was auch immer. Ist doch ein Fest fürs Campen. Passt doch. Oh mein Gott. Will ich diese Ratte verarschen? Ich bin Möge. Ich bin Möge. Ich bin Möge. Oh mein Gott. äh schaden die sich ein scheiß rat machen hatte ich nicht ich hatte beruht man muss auch drei ratten töten ich habe mich erst mal komplett hoch weil die machen der schaden da kommt wo sind die ratten jetzt muss ich jetzt noch suchen oder das viele spieler immer vielleicht die spawn times erhöhen was jetzt auch die ratten quest oder ich suche noch nach einer möglichkeit die zu join aber keine schreibt mich zurück ich werde gehostet ja 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 und sein hast du jetzt nachkommen warte du schwanz ja dankeschön sehr gut ach so naja pass auf dann machen wir das wie in einem mmo in weis morgulitz doch ein weit muss man ausschreiben sage ich doch ja ich habe schon ewig keine mmos mehr gespielt ich bin doof das ist das allererste was wir hätten machen müssen strich in wald und das war's bin ich doch ich bin jetzt bei den ratten wo sind ich habe damit sehen es gibt ja keine große minimap oder doch ich bin links von sollte auf dem feld auf dem feld okay dann sehe ich dich blauer punkt bist du blauer punkt ah ja oh mein gott hallo der junge macht mir das möchte ich heute macht jetzt die frage ob wir die jetzt zwei hatten schwänzungen kommen nämlich stimmt nicht einzeln machen weil ich immer hier zu hast du jetzt auch eine bekommen ohne okay dann müssen wir halt zehn hatten können oder ich auch eigentlich nur noch eine ich bin gerade dabei aufzumachen aber den lud kommen und müssen uns teilen anscheinend oder wie habe ich die alles weggenommen nee ist bei dir auch was gedroppt oder was ja bei mir sind drei sachen gedroppt die habe ich aufgehoben ja bei mir auch ach so na gut ich glaube wir sind schon zu weit gegangen die ratten schwänze aber ich hab deine quiz gar nicht welchen randschwanz er wird so was ja jetzt dann geht so sollte was ist das traktor und ist ein traktor komische sachen jetzt erst mal ein bisschen brot du hast angenommen ja komm mal ran müssen wir müssen auf jeden fall die spawn raten erhöhen ja das ist leider nur eine kleine rotte hier 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 oder oder ja das ist so für eine fähigkeit unten kannst du auch einen fähigkeit benutzen hast du noch gar nicht gesehen ich habe jetzt eine ausgerechnet ist bei dir eine dings gedroppt ja ok sehr gut dann teilt man sich sogar die bestgegenstände das also muss man sich nicht teilen so sehr gut dann können wir mehr ratten ich habe schon fünf gekillt wir müssen auch nicht zu weit gehen es geht auch alles kaputt das ist so geil egal über was du drüber läuft das geht alles also die welt interagiert halt mit einem charakter folge da waren so eine ganz ganz kleinen kiste ich bin drüber gelaufen und dies da fallen das ist eine alpha also wenn das spiel nicht erfolgreich wird dann weiß ich auch nicht das ist ja insane was die hier alles eingebaut haben hier ist schon mal eine tote ratter oh mein gott das ist so kiste obwohl er so was machst du ja schon auf hier ist auch was hier ist auch nichts cool tolle kisten oder auch nicht hier ist jetzt eine kiste die man angreifen kann ach so ich habe einen shop gefunden und einen neuen ein bisschen hat sie angenommen lasst ihn ausquatschen was hat er hier im shop alles schönes ach ist alles teuer jesus christ 24 und ich habe hier gerade mal ein gold ey Junge so für ein teurer spacken mal joint das ist echt hä kann ich den nicht aufheben hallo lassen sie mich kiefern nein das sind fünf nur dings das ist tatsächlich ein joint increased physical crit rate increased physical crit rate by the way do you have a prescription for that das ist ja richtig geil jetzt habe ich keine schwänze gedroppt bekommen ja ich mache voll wenig damage mein Typ schlägt zu wie eine alte Oma ja du bist level 1 Digga was erwartest du denn hier 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 sind zwei raten hier sind zwei raten komm ran komm ran äh ok greif mal den ein erst mal an damit ich nicht sterbe gegen 2 ja fähig kann ich nicht frühschlagen du schlägst kampf in mir gar nicht mein charakter ist bei mir bewegt sich nicht hä ah jetzt hä war irgendwie ein lag oder so äh vergiss nicht dass du ein Brot hast ne äh und fressen ok weil äh hier gibt es kein HP-Reck du musst entweder am Feuer sitzen oder äh äh ne andersrum wenn du am Feuer sitzt hast du eine höhere Lebensregeneration also du musst dann halt lange sitzen äh oder du isst halt essen das sind die zwei Möglichkeiten wie du kannst du schon gegen Randa ja ich bin gegen Radnan kämpfen boah halt das ist dein Leben alter hast du mal gesehen sag nur was wenn ich früher gekommen ja du bist tot wenn jetzt nicht rennst hä 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 warum bin ich ja aber du rennst doch nicht ja ich mein Typ ihr macht genauso viel damage wie ich aber ihr schlägt halt viel schneller zu als ich ja du bist du hast auch ein fettes Schwert ja da muss ich ja wohl auch ein bisschen äh äh ein bisschen mehr Damage machen anscheinend ja nicht so randenschwänze gedruckt ja ich hab jetzt eine Lüftung gut dann halt ich ja auch noch ne ich setz mich ans Feuer achso ja das können wir machen das stimmt ist sinnvoller ja das mit dem Hardwurst traf ich aber auch nicht also ich hab immer noch kein Holz gesehen oder hast du irgendwelche Bäume gesehen was irgendwie leuchtet ne oder ne ich hab die Küste auch nicht angenommen ja ja cool die sind immer noch Level 1 das ist so krass wie langsam man levelt heftig in Diablo wärst du schon Level 20 oder so högh gel 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 gel